Moin Rostock, was geht? Ihr hört richtig, live aus dem Loro-Studio, die Sendung, stell mal vor. Ich bin Konrad und lade mir jeden Monat einen anderen Gast ein und quatsche mit ihm über Musik und ihn selbst. Lasst euch einfach überraschen, dann gebe ich mal ab an, ja, mich selbst. Ja, ja, moin, hier aus dem Loro-Studio in Rostock zur ersten Sendung des Podcasts, stell mal vor. Konrad meldet sich hier am Mikrofon und heute mit meinem ersten Gast, Jona, moin. Ja, moin, hallo. Schön, dass du da bist, dass du mich hier auf der Jungfernfahrt begleitest. Und ja, wir haben ein kleines Programm vorbereitet, wie gesagt, wie ich es eben schon angekündigt hatte im Opener. Lasst euch einfach überraschen und wir starten jetzt auch mit dem ersten Song direkt von Clueso. Morgen gestern mit einem sehr passenden Refrain, ihr werdet es merken, bis dann. Wie ist wieder Konrad am Mikrofon mit der Startsendung, mit der ersten Sendung zu Stell mal vor, heute mit dem Gast Jona. Und heute geht es los und jetzt geht es los mit der ersten Rubrik und zwar dem Vorstellungsgespräch. Hier klären wir, oder klären wir, warum jetzt überhaupt Jona, warum der Gast jetzt hier ist. Und ich kann das ja einmal einleiten, denn ich habe mir gedacht, bei der ersten Sendung braucht man natürlich einen Gesprächspartner, der einigermaßen gut zu einem passt, mit dem man gut schnacken kann. Und ich denke, mit dir geht das ganz gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, wir sind ein eingespieltes Team, wir können beide ganz gut schnacken. Und ja, bei dieser Kategorie, bei dieser Rubrik stelle ich dann immer die Frage, woher kennen wir uns? Wo haben wir uns das erste Mal gesehen? Das ist jetzt die Frage, wir sind nicht auf eine Schule gegangen, ne? Nee, nee, gar nicht. Ich war immer ein Jahrgang über dir, bis dann da ein paar Sachen dazwischen kamen. Und wir haben uns, glaube ich, kennengelernt in der Kirche, bei der Christenlehre, glaube ich. Genau, ja. Genau, genau, genau. Und das finde ich sowieso immer ganz schön, wenn man dann da diesen Konfirmationen und sowas, da kommt man immer zusammen, da haben wir auch einen ganz ordentlichen Freundeskreis. Aber weißt du denn noch ganz genau, wann wir uns das erste Mal wirklich gesehen haben? Kannst du dich daran erinnern? Nee, daran kann ich mich nicht erinnern. Also, ich könnte vermuten, aber ich glaube, ich weiß es nicht. Es war wahrscheinlich bei irgendeinem Gottesdienst oder so, als dann deine Mutter, die Pastorin, dann bei uns frisch war in der Gemeinde. Und dann haben wir uns, glaube ich, da irgendwie das erste Mal gesehen. Aber woran ich mich erinnern kann, als ich das erste Mal bei dir gepennt habe, das weißt du auch noch, ne? Ja, ja, das weiß ich auch noch. Da haben wir bis tief, haben wir da irgendwas geguckt abends oder haben wir einfach nur, haben wir was gespielt? Ja, ich glaube, wir haben was gespielt. Ich glaube... Was war das? Minecraft wahrscheinlich. Ja, haben wir den ganzen Abend lang gezockt. Hat sich auch nicht so richtig geändert über die Jahre. Und wann war denn das? Da war, da weißt du, wann seid ihr nach, äh, zu uns gezogen? Weißt du das noch? Äh, vor, vor jetzt neun Jahren. Vor neun Jahren. Oder acht. Also 2010, 2011? Ja, 2000, 2010. 2010, genau. Da war ich, glaube ich, auch nicht mehr, da war ich schon am COD in der Grundschule. Genau, genau. Und dann haben wir uns da kennengelernt und dann über die Kirche, das kann man ja auch mal sagen, haben wir uns dann da irgendwie, hat sich da eine Freundschaft aufgebaut, die sich, äh, sozusagen bis heute immer noch hält. Und jetzt haben wir gerade in den Vergangenen geguckt und jetzt stelle ich dir mal die Frage, ähm, wir gucken nochmal ein bisschen in die Zukunft. Weißt du schon, wo du in drei Jahren ungefähr bist? In einem Jahr bist du immer noch in der Schule, aber in drei Jahren? Hast du schon einen Plan? Was, was passiert so mit dir? Äh, naja, also in drei Jahren, da werde ich ja wahrscheinlich dann mein, hoffentlich mein Abitur gemacht haben. Ja, genau. Und, äh, ich weiß nicht, also, ich denke mal, ich werde entweder was studieren, oder ich werde mich vielleicht nochmal ein Jahr Pause machen, mich orientieren, aber großen Plan habe ich jetzt noch nicht. Und so eine Richtung, so ungefähr? Nee, überhaupt nicht. Auch nicht, das ist, ja. Ja, kenne ich auch, man wird ja auch ständig gefragt. Ich sagte, es wird noch schlimmer, je dichter man ans Abitur kommt, umso öfter wird man gefragt, was machst du eigentlich? Und, ähm, ich habe auch noch nicht sehr konkrete Sachen, aber so einen kleinen Plan hat man natürlich schon. Aber du hast ja auch noch ein bisschen Zeit, das zu entscheiden, ne? Na gut, ich würde sagen, ähm, das ist jetzt immer so, die Songs, die wir spielen, die bringt eigentlich immer der Gast mit. Ähm, und wir kommen jetzt auch schon zu deinem ersten Mitbringsel, und zwar der Song Alles neu von Peter Fox. Eigentlich ein All-Time-Favorite. Kann man immer spielen, geht eigentlich immer gut ab. Gibt es dazu irgendwie einen Hintergrund, zu dem Song? Äh, ja, das ist, das ist mein erster wirklicher Lieblingssong. Also, das ist der erste Song, wo ich mich erinnern kann, das war mein Lieblingslied. Ja. Und ich erinnere mich, wie ich da früher im Zimmer von meinem Bruder gesessen hab und mir dieses Musikvideo bestimmt hundertmal angesehen hab. Ja. Und ich fand das, ich fand das so genial mit diesen Affen, die da immer diese, diese, diese Drums gespielt haben, das war wirklich cool. Ja, hat dich wahrscheinlich auch geprägt, ne? Du spielst ja selber auch Schlagzeug, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ja. So ein bisschen, okay, ja, dann würde ich sagen, freuen wir mal ab. Peter Fox, Alles neu. Hey, ho, da sind wir wieder. Äh, die Sendung, stell mal vor, heute mit meinem Gast, Jona. Und wir würden gerne noch was anhängen zu dem Vorstellungsgespräch von eben, denn das Ding ist, Jona und ich sind schon ein eingespieltes Quatschteam, denn ich hab einen YouTube-Kanal und da wird oft auch mal über Gott und die Welt geredet, ne? Ja, ja, genau. Da wird er mal auch über, ich kann mich erinnern, als dieser Fridays for Future Hype so sehr losging, da haben wir da relativ viel über diesen Umweltkram geredet, ne? Was haben wir da so, wir haben auch eigene Vorschläge gemacht und sowas, was man machen könnte. Ja, also, ja, genau, das geht dann immer besonders gut dann bei den Spielen. Genau, genau. Wo man auch nebenbei ein bisschen quatschen kann, wo es dann nicht so... Genau, in erster Linie, wir machen halt Let's Plays oder ich und Jonas dann da oft mein Gast und dann schweifen wir auch gerne mal ab und reden über Gott und die Welt, wie das dann manchmal so ist. So, und jetzt kommen wir aber zur nächsten Kategorie und zwar hab ich jetzt ein kleines Spiel vorbereitet und das ist das berühmt-berüchtigte Spiel Entweder-Oder. Ich hab jetzt hier immer zwei oder eine Frage mit zwei Möglichkeiten und du musst dich entscheiden, welche dieser beiden Dinge du sozusagen auswählen würdest, wenn du es müsstest. Und die erste Frage, die ich dir stelle, lieber ein Pizza-Burger oder eine Burger-Pizza? Äh, ich würde sagen, lieber ein Pizza-Burger. Hast du schon mal einen Pizza-Burger gegessen? Nee, ich kann mich noch daran erinnern, als das da rauf und runter in der Werbung lief. Ich hab's noch nie gegessen, aber ich glaube, ich meine, ein Burger, das sind dann ja zwei Weißbrothelfen und wenn man dann, ob man da jetzt dann den ganzen Kram dazwischen schmeißt oder dann der Tomatensauce und Käse überbacken und so weiter und das dann zusammenpackt, ich glaube, das nimmt sich da nicht viel, das ist ja eher wie irgendwie eine Kalzone oder so. Ja, ja, stimmt. Aber es gibt ja auch tatsächlich auch Burger-Pizza, ne? Wenn man so Pizza bestellt, gibt's ja oft so Cheeseburger-Pizza und sowas. Hast du das schon mal gegessen? Nee, ich stell mir das auch nicht so lecker vor, muss ich sagen. Ja, also ich kann aus Erfahrung sprechen. Ich hab schon mal, weil ich's wissen wollte, wie so eine Cheeseburger-Pizza schmeckt. Ist tatsächlich eine verrückte Kombi und kann man machen. Ich glaube, ich würde es tatsächlich zur Burger-Pizza tendieren, aber dann müssen wir uns ja auch nicht streiten, wenn wir mal vor der Wahl stehen. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar, jetzt wird's schwierig, lieber Star Wars oder lieber Herr der Ringe? Äh, Star Wars. Ich würd sagen, ich würd sagen Star Wars. Und warum? Ich weiß nicht, ich find's besser. Also, Herr der Ringe ist natürlich auch sehr gut, aber Star Wars, ich kenn Star Wars schon länger und ja, es ist halt auch so eine Kindheitserinnerung, Star Wars zu gucken und dieser Film. Ist halt schon so ein eigenes Universum irgendwie sehr krass. Herr der Ringe auch, klar, aber bei Star Wars ist es irgendwie nochmal, also Herr der Ring ist zwar sehr komplex, ich hab die Bücher auch gelesen und die gab's irgendwie 150 Seiten anhangen, wo dann Stammbäume und eigene Sprachen und so, das ist unfassbar, was der Tolkien sich da überlegt hat. Aber Star Wars geht halt so mehr in die Richtung Science-Fiction und ich glaub, da sind wir mehr hinterher als bei diesem Fantasy-Kram. Also, ich würde mich tatsächlich auch für Star Wars entscheiden und wir gehen ja auch in einem Monat, ein bisschen mehr als im Monat, kommt der neunte Teil raus und den werden wir dann sicherlich auch zusammen gucken, nehme ich mal an, ne? Ja. Ich bin schon sehr gespannt. So, jetzt kommen wir zum nächsten Thema und zwar, ich weiß, du bist ein begnadeter Koch, hast du schon oft bewiesen. Naja. Ich kann mich nur erinnern, als du mal bei mir warst und dann da unser Gewürzregal ausgeräumt hast, da hast du Gewürze rausgekramt, wo ich gar nicht wusste, dass wir die besitzen. Und deswegen kommt jetzt auch meine Frage, lieber Kurkuma oder lieber Curry? Äh, Curry. 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 Warum Curry? Ich, nicht, also ich, zum einen, ich benutze Curry einfach öfter. Kann man immer nehmen eigentlich. Und, ja, ich, also, Gerichte mit Curry finde ich besser, also Currywurst und so. Geht immer, ja. Ich hab tatsächlich mal geguckt, weil mich das interessiert hat, was Kurkuma eigentlich ist. Das ist so eine Art wie eine Ingwerwurzel und wird dann halt sozusagen geraspelt, ganz fein. Und Curry ist, das wusste ich auch nicht, ist eine Gewürzmischung. Also wird alles Mögliche zusammengekippt, was man halt so findet. Und da gibt es dann je nach Region auch so verschiedene Curry-Arten dann sozusagen. Okay, dann mach ich jetzt zum Abschluss noch was in die Richtung Science-Fiction. Und zwar lieber zum Mars oder lieber zum Mond reisen? Äh, lieber zum Mars. Ich find, der Mars ist spannender. Also auf dem Mond gibt's keine Atmosphäre. Da gibt's viel Staub und viel Steine und ja, eigentlich sonst nichts. Natürlich, der Mond ist auch sehr interessant. Also wäre beides ja eigentlich ein Traum, mal da hinzukommen. Wer weiß, was in 20, 30, 40 Jahren möglich ist, ne? Ja, aber dann lieber dem Mars, weil auf dem Mars ist halt, find ich, auch alles möglich. Ja. Also wenn man da so hört, so theoretisch kann man ja die Atmosphäre anreichern und so weiter. Und ich glaub auch, dass der Mars mehr die Zukunft ist. Also wenn man dann jetzt mal in hunderte Jahren weiterdenkt, dann, wenn man später andere Planeten besiedelt, ist der Mars ja auf jeden Fall die erste Station. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich find das, ich find das auch sehr spannend. Ich verfolge das auch mit, was Elon Musk da so treibt. Und der ist da ja so ein bisschen der Vorreiter, was dir die Forschung betrifft. Dadurch, dass er halt auch das Geld hat, was vielleicht die Staatlichen manchmal nicht so einfach übrig haben. Okay, dann war's das mit Entweder oder und jetzt kommen wir zum nächsten Song. Kannst du ja mal selber sagen, was ist das für ein Song? Äh, Can't Stop von Red Hot Chili Peppers. Passt ein bisschen zu den Gewürzen gerade, ne? Ja. Und Red Hot Chili Peppers, würd ich sagen, ist einer meiner Lieblingsbands und Can't Stop, find ich, ist der beste Song aus dem Album By The Way und ja. Dann würd ich sagen, dann hauen wir den mal rein, ne? Da sind wir wieder mit der Sendung, stell mal vor, heute mit Jona. Und jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie und zwar, ich nenne es Freundebuch. Und zwar gibt's da so eine witzige Geschichte. Ich hab zu Hause ein Freundebuch, was man so, ich glaub Kindergarten, da fängt das an, ne, glaub ich. Ja, mehr Grundschule, weil es geht ja auch ums Schreiben dann, ne? Aber ich kenn das oft, dass so bei Freundebüchern, dass das die Eltern dann eintragen. Das fand ich immer ganz komisch früher, wenn dann die Mutti das eingetragen hat. Aber es ist ganz witzig, weil ich hab auch so ein Freundebuch dann irgendwann mal bekommen von meinen Eltern. Und witzigerweise steht da genau ein Freund drin und meine Schwester. Das ist irgendwie so ein bisschen traurig. Aber ich hab das auch sehr spät bekommen, weil ich grad gefragt hatte, wann bekommt man so ein Freundebuch. Ich glaub, da war schon in der fünften Klasse oder so. Also, ich hab auch eins bekommen, aber das war, glaub ich, zweite Klasse. Ich bin mitzüglich, das war zweite Klasse. Das war wahrscheinlich auch ein bisschen voller dann, ne? Äh, äh, ne. Aber ich überleg grad, da steh ich nicht drin. Ich hab grad überlegt, ob ich das irgendwie mal in die Hände bekommen habe. Ich hab das auch nie umgesetzt. Das war, ich glaub, das war nämlich so ein Geschenk. Das, weißt du, das war dann halt so eine zweite Klasse Geburtstagsfeier. Das hat dann die Mutti für den Typen gekauft und der hat das dann einfach weitergegeben. Und ich glaub... Ach so, oh Gott. Na gut, dann können wir es ja jetzt mal nachholen. Ähm, ich hab dir das eben schon einmal gesagt. Und zwar, die erste Frage, die ich dir jetzt stelle, ist, wenn du ein Tier wärst, was wärst du für ein Tier? Äh, ich denke, ich wäre wahrscheinlich, äh, also ein Tier, das fliegen kann, weil ich find Fliegen einfach unglaublich cool und unglaublich schön. Ja. Und, also ich würd mich dann ja jetzt nicht komplett festlegen, aber wahrscheinlich ein Vogel, also eine Vogelart. So ein Adler, hast du noch gute Augen? Ja. Oder ist es zu brutal? Äh, vielleicht... Ah, jetzt fällt mir der Name von dem Tier nicht ein. Großer Vogel, kleiner Vogel? Äh, großer Vogel. Das sind nämlich, glaube ich, die... Albatross? Albatross, genau. Albatross, weil die ja so unglaublich weit segeln können auch. Also, die, ich glaub, die, die haben kaum Flügelschlag, weil die fliegen ja auch um die Meere, ne? Ich glaub, die haben, das sind die Vögel mit der größten, äh, Flügelspannweite, glaube ich. Ja, genau, ja, ja. Ganz schöne Viecher. Jetzt ist die Frage, äh, wenn du jetzt entscheiden müsstest, was ich für ein Tier wäre, was wär ich für ein Tier? Äh, das, das ist, das ist, äh, schwer. Also, ich würd sagen, ähm, vielleicht, äh... Ein Esel. Äh, nein, äh, eher ein Fuchs oder so. Ein Fuchs, oh ja, das ist gut. So ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen hinterlistig. Das nehm ich aber persönlich jetzt. Ja, ein Fuchs. Schlauer Fuchs, okay. Ja, genau, schlauer. Okay, ja, das, das nehm ich dann mal als, als Kompliment. Sehr schön. Ähm, das ganz anderes jetzt, was bisschen mal wieder mit Musik zu tun hat, ähm, kannst du sagen, auf welchem, was dein letztes Konzert war, wo du, was du live gesehen hast, welche Band? Äh, nein, kann ich, ich weiß, was jetzt war da... Ich war, das letzte Konzert, wo ich war, war ein, äh, philharmonisches Konzert. Oh ja, ach, das zählt auch, das zählt auch. Okay, war ein philharmonisches, in Rostock, genau, in der Stadthalle. Da ist ja immer mal wieder so, ah, die Philharmonie-Konzerte, genau. Und dann klassische Musik. Ja, naja, okay. Ne, kann ja sein, dass sie irgendwie so eine, äh, postmoderne Adaption machen, gibt's ja manchmal so, dann wird irgendwie philharmonische Musik mit Rap zusammengepackt oder sowas, gibt's manchmal so Projekte. Okay, ja, mein letztes Konzert, das ist witzig, war es Ariana Grande-Konzert, passt irgendwie nicht so zu mir, aber ein Kumpel hat mich da mit eingeladen, da hab ich gedacht, okay, die Show kann man sich auch mal angucken, ähm, vielleicht ganz spannend mal zu sehen. Ähm, noch was ganz anderes jetzt, und zwar, ich lese die Frage mal vor, weil die ein bisschen länger ist, ähm, gibt es etwas, das du gerne können würdest, du aber weißt, dass der Weg dahin, also das zu erreichen, das zu können, sehr lang und sehr hart ist. Und du weißt, dass es sich eigentlich nicht lohnt, weil es utopisch ist. Weißt du, was ich meine? Äh, also, redest du jetzt von einer Fähigkeit oder mehr von so einem Beruf? Genau. Ne, es geht um eine Fähigkeit. Um eine Fähigkeit. Wenn, wenn du, wenn dir noch nicht sofort was einfällt, kann ich ja mal sagen, was ich... Also, naja, also... Weißt du was? Ich spiele ja Schlagzeug und es wäre auf jeden Fall cool, wenn man, man kennt ja solche Videos aus dem Internet, wo Schlagzeuger so richtig krass reinhauen und sowas zu können, das stelle ich mir richtig cool vor. Und ich weiß, weiß natürlich dadurch, dass ich es selber spiele, dass der Weg sehr lang ist und da sehr viel Übung drin kommt, aber wer weiß, ob ich in der Zukunft, ob ich das dann, äh, so weit komme. Dranbleiben, dranbleiben. Bei mir ist es nämlich so, ähm, ich hab mir natürlich auch was dabei gedacht, als ich mir das ausgedacht hab. Bei mir ist es so, ich finde zum Beispiel Breakdancen unfassbar cool. Ich weiß aber, dass ich das niemals können werde, weil ich erstens auch so ein bisschen schwindelanfällig bin und das ist, glaube ich, fast nicht so gut zusammen. Und was anderes ist auch Beatboxen. Das finde ich einfach, wenn man das kann, das finde ich einfach unfassbar cool, wenn Leute das können und dann einfach mal so, mal so ein Beatbox-Freestyle raushauen. Das finde ich immer ziemlich cool, wenn Leute das können. Aber ich weiß, dass der Weg dahin sehr lang ist und sehr aufwendig. Man muss natürlich üben, üben, üben. Aber es ist ja eigentlich bei allen Sachen, die einen gewissen Anspruch haben, ist es ja so. Und jetzt zum Ende, vielleicht geht das sogar in dieselbe Richtung, was du gesagt hast, mit Schlagzeug spielen. Gibt es irgendjemanden, den du gerne mal treffen würdest? Also in die Richtung Promi. Uh, das ist, das ist, äh, das ist schwer. Also ich hatte jetzt noch nie so wirklich, also so einen richtigen Star, wo man so richtig so hinterher geblutet hat und wo man so genau dachte so, ja, den möchte ich unbedingt, unbedingt treffen. Ähm, aber ich, ich würde sagen, ich, äh, würde gern mal, ja, würde ich mich jetzt nicht festlegen, aber mal so einen wirklich schlauen Wissenschaftler. Okay. Wir werden da treffen. Also solche Leute wie, äh, Stephen Hawking oder so. Na gut, ist jetzt leider tot. Der Weichle, der nicht mehr unter uns, ja. Aber solche Leute würde ich, so jemanden würde ich mal gerne, gerne kennenlernen. Und dann mit denen einfach reden sozusagen. Ja, weil ich. Auch so dann über wissenschaftliche Themen oder einfach nur so, wie sie dazu gekommen sind und, oder in welche Richtung? Ja, so, also, also natürlich ein bisschen so Smalltalk, aber auch, auch so ein bisschen über wissenschaftliche Sachen und, ja. Okay, cool. In die Richtung habe ich gar nicht gedacht jetzt, dass es danach geht, aber da bist ja auch... Wahrscheinlich mehr so Manuel Neuer oder so. Manuel Neuer. Ja, warum nicht? Warum nicht Manuel Neuer? Ähm, gut, dann kommen jetzt, das hast du, passt jetzt ganz gut, weil wir auch eben, wie gesagt, über das Schlagzeugspielingen gesprochen haben. Der Drama von 21 Pilots ist, glaube ich, kann man das sagen, einer der besten der Welt aktuell, oder? Also, ich weiß nicht, ob man das, ob man das so verallgemeinern kann, aber er spielt auf jeden Fall sehr gut. Sehr hohes Level. Ich habe die tatsächlich 21 Pilots auch schon live gesehen. Ähm, sehr, sehr geil live. Einfach mal den Sound. Also, ich, das war ganz witzig, weil auf dem Konzert, wo ich war, ähm, da bin ich hingegangen, ohne das Album wirklich vorher gehört zu haben, weil mein Vater irgendwie sehr begeistert war davon. Und dann hat mich im Prinzip durch das Konzert, hat es mich so gefangen. Und das hatte ich so noch nie erlebt vorher. Das war irgendwie auch so ein, das war sehr Besonderes für mich. Und wir spielen jetzt auch einen Song von 21 Pilots und zwar den Song, kannst du mal sagen? Äh, Heavy Dirty Soul. Von dem, ich glaube, drittes Album, ne, ist das, glaube ich? Ja, ich glaube auch, ich glaube auch, dass das das dritte Album ist. Genau, und wir spielen aber nicht die Studio Version, sondern wir spielen eine, so eine Art Unplugged, also es ist nicht wirklich Unplugged, aber es ist nochmal neu aufgenommen, äh, Featuring Mute Math heißen die, ähm, da haben sie fünf Songs nochmal neu aufgenommen mit einer richtigen Band, mit noch mehr Leuten und den spielen wir jetzt mal in voller Länge. Stell mal vor, mit Konrad, bei Loro und heute zu Gast, Jona. So, und jetzt kommen wir wieder zu einem sehr schnellen Ping-Pong-Fragespiel, das lautet ganz einfach, ja, nein, vielleicht. Die Frage wird aber nicht lauten, willst du mit mir gehen, sondern es geht in eine andere Richtung. Und die erste Frage ist, bist du schon mal vom 3-Meter-Brett oder vom 3-Meter-Turm gesprungen? Ja, bin ich. Tatsächlich. Und wahrscheinlich Schwimmunterricht oder so? Nee, nee, nicht im Schwimmunterricht, irgendwann später mal im Freibad oder so. Also freiwillig tatsächlich? Ja, ich bin freiwillig vom 3-Meter-Turm gesprungen. Also als ich das erste Mal gesprungen bin, war das so, jetzt stellt euch mal alle hier an und dann hüpft man nacheinander mal runter. Ich glaube, man braucht das sogar für Silber oder sowas, für diese komischen Schwimmabzeichen. Ich glaube, das ist Bedingung, ähm, ziemlich sicher. Ich hab's, ich hab's hier trotzdem nicht. Ich glaube, das Einzige, was ich hab, ist Seefährtchen. Ich auch. Ich war immer mega die Blechente. Mittlerweile geht's ganz gut. Gut, okay, also du bist schon mal vom Dreier gesprungen. Ja. Sehr lobenswert. Okay, die zweite Frage ist, hast du schon mal wegen einem Film geweint? Äh, ja. Und welcher war das? An den Namen kann ich mich nicht mehr erinnern, aber da ging's um zwei krebskranke Leute. Da kann ich mich dran erinnern, da, da, da waren mir die Tränen im Augen. Und wir hatten auch Herr der Ringe und am Ende von Herr der Ringe das erste Mal musste ich auch weinen. Also nicht richtig weinen, aber da war so ein bisschen so die Augen feucht, weil das ja doch schon ein bisschen traurig ist, besonders wenn man dann die vier Stunden am Stück durch geguckt hat. Also vom dritten Teil redest du gerade? Ja, ich, nur vom dritten Teil, ja. Ich hab den immer noch nicht geguckt. Das ist auch so ein Running Gag zwischen uns, dass ich den dritten Herr der Ringe, aber dafür hab ich das Buch gelesen. Ähm, das ist ganz witzig, der Klassiker, glaub ich, der Film, wo man heult, ist irgendwie so Titanic, glaub ich, oder? Hast du Titanic schon mal gesehen? Ich hab Titanic schon mal gesehen, aber nee, also ich fand's, ich find das, ich find das nicht so, nicht so tragisch. Ja, ist aber irgendwie so ein klassischer Film, der mir einfällt. Ich hab Titanic selber noch nicht gesehen, aber es gibt dazu immer eine witzige Story, die ich erzähle beim Film Titanic. Und zwar mein Bruder, als der im Kindergarten war, haben die im Kindergarten den Film Titanic geguckt. Also den richtigen? Ja, den richtigen Film. Also erstmal total bescheuert, weil der ja mega lang ist. Der geht ja, ich glaub, über drei Stunden oder so. Oder? Und der ist doch ab zwölf, oder? Ja, das vielleicht auch noch. Und allgemein, also man guckt mit Kindern im Kindergarten nicht die Titanic. Also das ist irgendwie nicht die richtige Altersgruppe, abgesehen vom FSK-Siegeln. Ähm, okay. Ähm, die nächste Frage ist, bist du schon mal in der Schule eingeschlafen? Äh, nicht richtig, also nicht so richtig eingeschlafen, aber ich hatte schon mal Kopf auf den Tisch, Augen zu und dann irgendwie nicht mehr richtig gewusst, was los ist und wo, aber so richtig, richtig eingeschlafen noch nicht. Weißt du, welches Fach das war? Äh, ich glaub, das war in Deutsch. Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Also ich hab auch tatsächlich noch nie in der Schule richtig geschlafen. Ist jetzt auch oft so, dass der Lehrer mich gut sieht. Das ist, glaub ich, dann auch, äh, passt nicht so gut, dann muss man natürlich auch eine gute Figur machen. Aber manchmal denkt man sich so, ich würde jetzt gerne schlafen, aber kann sich dann noch zusammenreißen. Ähm, die nächste Frage ist eigentlich ziemlich bescheuert, aber ich weiß es nicht, wie du dazu stehst. Und zwar, wie stehst du zu gewittern? Es gibt ja Leute, die da tierisch Angst vor haben oder die das sehr interessant finden. Was sagst du zu gewittern? Äh, das ist ganz lustig. Ich hab mich lange mal mit einem Kumpel von uns unterhalten darüber. Und, also ich, ich find das jetzt nicht so super faszinierend, aber es ist jetzt auch nicht schlimm. Also, wenn's so richtig laut ist und direkt über einem, dann ist das schon ein bisschen furchteinflößend, so wenn man dann das ganz laute Donnern hört. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich, sobald ein Gewitter ankommt, dann totalen Schiss bekomme. Wie so eine Katze. Ja, es ist einfach. Ja. Also es gibt ja Leute, die wirklich richtig Angst davor haben und sich dann irgendwie, vielleicht auch so wie wir jetzt Kopfhörer aufsetzen und laut Musik hören, weil sie das irgendwie ganz, ganz unheimlich finden. Aber ich find's auch in erster Linie irgendwie spannend und dann auch mal natürlich aufregend, wenn man ganz dicht den Blitz einschlägt und dann Blitz und Donner so gleichzeitig kommen. Das, das hab ich schon erlebt. Das hab ich schon erlebt. Da waren wir im Urlaub bei meiner Oma und wir waren mit dem Wohnwagen, also mit dem Wohnwagen noch weiterfahren und ich erinnere mich, ich bin in den Wohnwagen gegangen und dann hat's geblitzt und gedonnert und das muss, keine Ahnung, das müssen 100 Meter oder also hunderte Meter sein, also nicht mehr als ein Kilometer, da ist der Blitz eingeschlagen und der ganze Wohnwagen war komplett hell erleuchtet. So, also ich weiß noch, es war richtig hell und der Donner kam, das war unglaublich laut. Ja. Also das, daran kann ich mich noch gut erinnern, das war auf jeden Fall heftig. Erschrecken wahrscheinlich auch, ne? Ja, klar. Okay, jetzt das Letzte, was ich dir frage und zwar, hast du schon mal was geklaut? Unbewusst oder bewusst sogar? Äh, unbewusst. Ich hab schon mal unbewusst, oh klar, Kaugummis oder so, aber bewusst hab ich noch nichts geklaut. Okay, weil ich, dazu kann ich was erzählen, die Story kennst du auch, ich will das auch gar nicht jetzt groß ausführen, aber ich hab tatsächlich, also Kleinigkeiten bei Talia ist mir immer passiert, dass ich so kleine Fillerpatronen aus Versehen geklaut hab, weil weißt du, dann guckst du da was und dann guckst du da was anderes und packst es schnell in die Tasche und dann hab ich's auch draußen erst gemerkt, dass ich die dabei hatte. Aber viel größer, ich wurde mal, ich erzähl's einfach mal ganz kurz mal, bei einer Drogeriekette hier in Rostock erwischt, beim Klauen, auch unbewusst, ich hatte einfach die Hände voll und hab mir dann auch was in meine dicke Winterjacke gesteckt und dann hat's tatsächlich, wie man das klassisch kennt, gepiept beim Rausgehen und wurde ich auch in Nullkommanix dann in das Hinterzimmer geführt und dann gab's auch so volles Programm. Ich bin aber noch glimpflich davon gekommen, weil ich natürlich noch kein Wiederholen der Täter war und dazu soll es auch nicht weiterkommen, aber das ist die Story, kennst du. Hat sich auch sehr lange gezogen dann mit diesem ganzen, was da alles so passiert, aber Sozialstunden, sowas muss ich nicht leisten, es hat dann irgendwie gereicht zu sagen, ich mach's nicht wieder und fertig ist. Na gut, okay, jetzt kommen wir zu einem nächsten Song und zwar, das ist ein bisschen was Besonderes und zwar sag ich zu meinen Gästinnen immer, dass sie bitte einen Song auf Vinyl mitbringen sollen, also so symbolisch etwas mit ins Studio nehmen und das ist jetzt, was ist das für ein Song, Jona? Das ist Strawberry Feels Forever von den Beatles, ist ja eigentlich ein absoluter Klassiker. Auf jeden. Und das ist meine erste, ich würde sagen meine erste musikalische Erinnerung, also ich kann mich an dieses Strawberry Feels Forever, daran kann ich mich wirklich erinnern, da erinnere ich mich an unsere alte Wohnung und so. Das ist auch, ja, also jetzt vielleicht nicht mein Lieblingssong von den Beatles, aber auf jeden Fall das erste, woran ich mich erinnern kann, so an Musik. Ja, das kann ich nachvollziehen, dass man so oft, das kommt dann durch die Eltern wahrscheinlich meistens oder durch die Geschwister, dass man da so ganz frühe Erinnerungen hat von irgendwelchen Songs. Ich bin tatsächlich nicht so der Beatles-Hörer, weil ich glaube, wir haben natürlich auch Beatles-Platten zu Hause, aber meine Eltern sind ja nicht so krass, dass sie das dann auch mal, wenn sie gute Laune haben, mal anschmeißen. Aber wir haben gute Laune und wir schmeißen jetzt die Beatles an und zwar, wie gesagt, auf Vinyl und dann schieben wir den Regler mal hoch hier. Ja, das hatte ja mal richtig, richtig Charme hier gerade, das klang nicht sehr clean. Ich weiß nicht, woran das lag, ich meine, die Platte ist auch schon alt. Ja, also auf jeden Fall, also sieht man ja auch an der Hülle, die ist schon ganz schön abgewetzt. Weißt du, von wann das ist das Album? Also da steht ja drauf, also das sind die Lieder von 1968 bis 1971 oder so, das ist quasi so eine Art Best-of. Achso. Und, ähm, ja, also. Ist halt, wie es ist, ne? Das ist jetzt ja schon wirklich 50 Jahre her fast. Ist das richtig, ja, ne? Ja, ist richtig. Ja gut, wir haben jetzt gerade also mal in die Vergangenheit geguckt und jetzt, oder gehört, und jetzt hören wir mal so mehr oder weniger in die Zukunft. Denn, äh, ja, immer, wenn ich das hier, wenn wir diese Sendung still mal vormachen, dann habe ich die kleine Kategorie der Zeit voraus und da stelle ich dann immer so sehr kurz ein neues Album vor, was in dem nächsten Monat oder in der nächsten Zeit rauskommt. Und nächste Woche Freitag, also am 22.11. kommt das neue Studioalbum vom Coldplay raus. Das wusste ich auch nicht jetzt, als ich mich halt ein bisschen informiert habe. Habe ich das mitbekommen? Bist du Coldplay-Hörer? Nee, also ich kenne ein paar Songs, aber jetzt nicht so, dass ich mir da Alben richtig mal angehört habe. Also ich finde, ich, ehrlich gesagt auch nicht, aber ich habe mal, es gibt immer zu Silvester, bei Dreiser hat immer so eine Pop Around the Clock heißt das, glaube ich, wo sie Live-Konzerte spielen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Und da habe ich mal ein Live-Konzert gesehen, dann sozusagen aufgenommen von Coldplay und das ist einfach krass, weil es einfach ein riesen Tohu-Wabohu-Farbenspiel, Fröhlichkeit und die strahlen ja auch sowas, einfach sowas Positives aus, das hat mich irgendwie sehr, sehr gefangen und natürlich gibt es auch so ein paar Coldplay-Songs, die einfach Hit sind, die so, ich glaube, die kann man irgendwie auch mögen. Also ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die Coldplay wirklich nicht gut finden. Ich glaube, es sind einfach gute Songs. Kann man das so sagen? Ja, also ich würde es auch sagen, also vielleicht so, ja, also auf jeden Fall, man hat auf jeden Fall schon mal ein Lied von denen gehört. Ja, auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Na gut, wie gesagt, das ist dann jetzt das, oh, ich habe mir aufgeschrieben, das achte Studioalbum schon, achte Studioalbum, muss ja stimmen, habe ich mir aufgeschrieben. Und das letzte kam raus 2015, also jetzt auch schon vier Jahre her, das Album hieß Ahead Full of Dreams, da sind auch so ein paar Songs draus, die man auf jeden Fall auch kennt aus dem Radio und das neue Album heißt Everyday Life und wie das immer so ist, wenn ein Album rauskommt, werden ja vorher so Singles schon ausgekoppelt, es gibt mittlerweile drei Stück und wir spielen nun die erste der drei mit dem Titel Orphans. Das war Coldplay mit dem neuen Song Orphans, was übrigens Weisen heißt, das englische Wort für Weisen, aus dem, ja, am nächsten Freitag am 22.11. erscheinenden achten Studioalbum Everyday Life. So, jetzt kommen wir zu, ich glaube, meiner Lieblingskategorie, die auch so natürlich namensgebend ist, hier, stell mal vor, heißt die Sendung, hier mit Konrad bei Loro und zu Gast ist heute Jona und jetzt kommt die Kategorie, die den Titel der Sendung trägt, beziehungsweise andersrum, ich glaube, die Sendung trägt eher den Titel dieser Kategorie. Also, wie gesagt, ich stelle mal vor und jetzt habe ich so eine Art Was-wäre-wenn-Situation mir ausgedacht und dann musst du möglichst spontan sagen, aber ich glaube, das wird sehr gut, weil du da sehr bewandt bist, ähm, was du wählen würdest. Und zwar, ich stelle jetzt die Frage, stell dir vor, also stell mal vor, du könntest ein geschichtliches Ereignis miterleben, noch einmal miterleben, ähm, und da können wir uns jetzt auch auslegen, ob du einfach nur als Geist da rumwaben würdest oder ob du Teil des Prozesses wirst oder wären würdest oder einfach zu Hause vor dem Fernseher sitzen würdest, ähm, also welches geschichtliches Ereignis würdest du gerne in welcher Form auch immer noch einmal miterleben? Was wäre das? Ähm, also da muss ich kurz überlegen. Ich schätze mal, ich würde wahrscheinlich, also entweder etwas ganz weit hinten, also weiß ich nicht, vor tausenden Jahren oder natürlich jetzt hier in der nahen frühen Zeitgeschichte. Ja. Also es gibt so Ereignisse, wo ich es mir schon vorstellen könnte, wäre ganz cool, mal dabei gewesen zu sein. Also solche Sachen wie die Mondlandung würde ich auf jeden Fall so, ne, so als Geist oder neben zu stehe, schweben, wie Neil Armstrong seinen ersten Schritt macht oder der Mauerfall, das könnte ich mir auch. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, äh, vorstellen, da, da zu erleben, wie da die Massen dann, äh, zur Grenze stürmen. Äh, ja. Aber es sind ja schon mal zwei Dinge, also ich hab mir tatsächlich auch aufgeschrieben die Mondlandung, ich hab mir auch mal aufgeschrieben, wann das war, 21. Juli 1969, also hat sich jetzt auch gejährt und, äh, da waren jetzt, das war dann genau in der Zeit, also da hatten wir ja Sommerferien, da liefen auch drei Dokus, äh, hast du die gesehen? Äh, du meinst jetzt auf Arte? Genau, genau, genau. Ja, äh, ich, äh, habe eine davon gesehen. Ich hab, das war witzig, weil ich in der Zeit gerade im Urlaub war mit meinen Eltern und da haben wir die dann jeden Abend geguckt, die ganzen drei Teile und das hat mich auch einfach total gecatcht, weil ich auch, wie du ja auch, so ein bisschen affin bis diesen ganzen Mond, Science Fiction, äh, Sachen, das ist irgendwie einfach, finden wir ja irgendwie doch sehr spannend und ich glaube einfach, ich würde das gerne miterleben, ich glaube einfach vor dem Fernseher zu Hause, also jetzt ohne wirklich als Geist oder irgendwo mit am Tisch zu sitzen und irgendwelche Verantwortung zu tragen, einfach um dieses Feeling, etwas ganz Neues live mitzuerleben, was vorher noch nie jemand gemacht hat und was ja auch irgendwie vorher eigentlich nicht wirklich, äh, greifbar war, das mitzuerleben ist, glaube ich, in dieser Form einzigartig, oder? Ich glaube, das gibt's so. Ja, und vor allem dann auch mit diesen Massenmedien natürlich an so viele Leute getragen. Genau, das war ja dann gerade die Zeit, wo das eigentlich so, dann auch gesellschaftstauglich war, dass jeder mehr oder weniger aber dann doch vielleicht in erreichbarer Nähe einen Fernseher hat, wo man das mitverfolgen konnte und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, aber ich glaube, dass die Mondlandung eins der Ereignisse ist, wo am meisten Menschen gleichzeitig vor dem Fernseher saßen. Ich glaube, dass ich mich erinnere, dass es eine Milliarde waren, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, aber ich habe auch so Zahlen in dem Raum mal gehört. Ich glaube, da gibt's nichts Vergleichbares, was, vor allem halt live, ne, das war ja auch der Wahnsinn dann damals, dass man das schon konnte. Ähm, also die Mondlandung, da sind wir uns, glaube ich, einig, oder? Ja, also das ist auf jeden Fall der Favorit. Okay, sehr gut. Okay, gut, dann, wir haben jetzt noch knapp sechs Minuten Zeit und jetzt kommen wir zu einer anderen abschließenden Kategorie, bevor wir zum Ende kommen. Und zwar lautet die, eine Minute für die Ewigkeit, einen lieben Gruß in die Zukunft. Und da gebe ich meinem Gast, also heute Jonas, circa eine Minute Zeit, ohne dass ich ständig dazwischen quatsche. Und dann kann er mal wie so eine Art Zeitkapsel in die Zukunft schicken und dann kann man sich, das weiß ich nicht, in 20, 30, 40 Jahren, wenn alles gut läuft, nochmal anhören. Und da habe ich so ein paar zentrale Fragen gestellt, wo Jonas sich jetzt auch vorbereiten konnte, da sich ein paar Notizen zu machen. Und das ist sowas wie, was will man in der Zukunft mitteilen, was beschäftigt einen im Jahre 2019, was wünscht man sich eventuell für die Zukunft und dann kann man dann sich die Frage beantworten in 30 Jahren. Habe ich das erreicht oder bin ich ganz woanders gelandet? Und dann kann man auch einfach sein zukünftiges Umfeld grüßen, weil ich das immer sehr spannend finde, dass man sich einfach in 30 Jahren nochmal hört und dann denkt, alter krass, das war ja ich. Ja, auf jeden Fall. Na gut, also hallo Jonas, ich grüße dich aus 2019. Ja, du bist wahrscheinlich, ich bin jetzt gerade in der Schule und habe ein bisschen Stress damit und ja, zurzeit aktuell, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber gerade ist ganz groß das Thema Umwelt und Klimawandel relevant oder zum Beispiel, dass es gerade in Europa ein bisschen in die oder ein bisschen doll leider in die rechte Ecke geht. Und ich hoffe, dass du endlich was gefunden hast. Ich bin mir ja noch ein bisschen unsicher, was ich mal später machen möchte, aber ich hoffe, dass du was gefunden hast. Ich werde mal, ich denke mal, wahrscheinlich irgendwas in den Naturwissenschaften, was du jetzt machst und wo du vielleicht eine Ausbildung gemacht hast oder ein Studium und jetzt einen Beruf gefunden hast. Und ich grüße dich natürlich ganz herzlich und ich grüße meine Brüder ganz herzlich und meine Eltern und ja. So viel dazu. Genau. Sehr schön. Oh, das war, es war gerade wirklich schön. Ich habe mir, um das mal ganz kurz zu erzählen, ich finde es immer sehr spannend durch auch unsere YouTube-Videos. Das habe ich auch schon so oft erzählt, dass ich gerne mal so eine Folge machen würde, wo man einfach mal die Zukunft grüßt, weil ich das einfach so krass finde, wenn man sich überlegt, dass wenn das Internet sich nicht irgendwann selbst zerlegt oder YouTube irgendwann nicht mehr existiert oder man die Videos selbst nicht löscht, dass das einfach auf ewig existiert und das theoretisch, wenn man jetzt mal ganz weit denkt und alles gut geht, die eigene Frau, die man noch nicht kennt, also weiß man ja nicht, aber die man vielleicht noch nicht kennt und eigene Kinder das dann sehen und dann so denken, alter krass, mein Vater, als er 17, 16 war, was hat er da für einen Quatsch gemacht und für einen Mist gelabert? Und das finde ich irgendwie sehr krass, sich das zu überlegen, dass man Leute grüßen kann, von denen man noch gar nicht weiß, dass sie existieren. Das finde ich einfach so, wie sagt man so schön, Brainfuck, das ist irgendwie so, da hört man irgendwie auf, da gibt es so eine Schwelle im Kopf, wo man nicht mehr drüber kann. Ist krass. Aber ich finde, ich habe das so sehr gut gemacht, kurz und bündig. Da können also die nächsten Gäste auch sich dann ein Beispiel dran nehmen. Na gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Ende. Wir haben jetzt kurz vor 17 Uhr vielleicht die ein oder anderen der arbeitenden Bevölkerung hier in Rostock jetzt schon auf dem Weg nach Hause und dafür haben wir einen schönen Song für den Samstagabend, finde ich einen super Song, um den zu hören, auch im Auto. Dreht ruhig mal ein bisschen lauter auf und zwar von Trettmann und, also was heißt von Trettmann, es ist eigentlich von Max Herre featuring Trettmann. Max Herre hat auch letzte Woche sein neues Album rausgebracht, das heißt Athen, soweit ich weiß. Ist auch ein sehr gutes Album, kann ich nur empfehlen und wie gesagt, featuring Trettmann, der Song Villa auf der Klippe, jetzt in voller Länge und dann würde ich sagen, wünschen wir euch noch einen schönen Samstagabend. Genau und ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ja, schön, dass du gekommen bist, schön, dass du dich darauf eingelassen hast, auf dieses Experiment und ja, mal gucken, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören, vielleicht in einem Monat, dann gibt es vielleicht ein Weihnachtsspecial, ich weiß es nicht. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielleicht bis in einem Monat dann mit einem anderen Gast und ja, dann würde ich sagen, Max Herre, Trettmann, ihr dürft. Villa auf der Klippe Wir haben jetzt hier noch einen entsprechenden Tag.